Es ist das Recht und die Pflicht der Opposition, die Regierung zu kritisieren und auch zu sagen, welche Entscheidungen falsch getroffen sind. Das ist total in Ordnung und da kann man sich sachlich drüber unterhalten. Aber das ernsthafte Bemühungen, dieses Land irgendwo vor einer schweren Pandemie zu retten, als Aktionismus zu bezeichnen, ist eines Liberalen unwürdig. Ihre Vorgänger hätten sich dafür geschämt, Herr Lindner, hätten sich dafür geschämt. Meine Damen und Herren, die Bundeskanzlerin hat gesagt, wir müssen kämpfen. Ja, dieses Land kämpft und dieses Land kämpft in einer beeindruckenden Art und Weise, wenn ich sehe, mit wie viel Kreativität und Improvisationstalent in den Schulen der Unterricht weiterläuft, wo die Kinder in Jacken sitzen, wo die Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler Masken aufhaben. Wenn ich sehe, was im Gesundheitswesen läuft, wo die Leute, und Rolf Mützenich hat es gerade angesprochen, immer wieder in die Pflegeheime hineingehen und versuchen, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Wenn ich sehe, was in den Betrieben passiert, wo intelligent versucht wird, mit Klassekonzepten den Betrieb aufrechtzuerhalten, damit die Wertschöpfungsketten auch erhalten bleiben. Wenn ich sehe, was die Gastronomie, die jetzt besonders hart betroffen ist, in den vergangenen Monaten geleistet hat. Und, meine Damen und Herren, wenn ich insbesondere sehe, was momentan von den Familien geleistet wird, um durch diese Pandemie durchzukommen. Und wenn mir eine alte Frau sagt, ich habe nur noch zwei, drei Jahre zu leben und ich kann meine Enkelkinder nicht mehr sehen, dann berührt das. Dann berührt das, meine Damen und Herren. Und ich finde, dafür gebührt den Menschen in diesem Land erstmal in dieser Debatte ein dickes Dankeschön. Ein ganz dickes Dankeschön. Ich bin stolz auf dieses Land und ich bin stolz, was hier geleistet wird, meine Damen und Herren. Und die ganze Sache ist leider noch nicht zu Ende. Und die Bundeskanzlerin hat es gesagt, wir werden weiterkämpfen müssen. Denn in den nächsten Wochen wird sich entscheiden, ob und wie wir Weihnachten feiern können. In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, ob unser Gesundheitssystem die Pandemie tragen kann. In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, ob unser wirtschaftlicher Wohlstand erhalten werden kann. Und in den nächsten Wochen wird sich auch entscheiden, wo Deutschland und Europa in dieser Welt steht. Weil wir sehen nämlich eins, meine Damen und Herren, totalitäre, autoritäre Systeme kommen mit Mitteln, die wir nicht einsetzen wollen. Besser mit dieser Pandemie zurecht als wir. Und es geht darum, dass wir als offene, demokratische, plurale Gesellschaft beweisen, dass wir diese Pandemie auch in den Griff bekommen, meine Damen und Herren. Und deswegen werden wir hier in diesem Bundestag, diese Bundesregierung, werden die Landesregierungen kämpfen, kämpfen gegen diese Pandemie. Und ich kann Ihnen eins sagen, wenn ich mir die Beschlüsse von gestern angucke, da muss man die ganze Sache einfach mal bewerten. Und die Beschlüsse müssen ehrlich sein, sie müssen klar sein, sie müssen einig sein und sie müssen furchtlos sein, weil man den Menschen auch was zumuten muss. Und die Beschlüsse von gestern sind klar, einig, furchtlos und sie muten den Menschen was zu. Und das haben wir uns nicht ausgesucht. Und ja, ich jetzt auch die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung hier sehe. Ich bin sehr froh, dass es diesmal gelungen ist, auch Einigkeit herzustellen. Dass wir keinen Flickenteppich haben, dass alle mitmachen, dass eine großartige Leistung, die gestern erreicht worden ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und diese Maßnahmen, die müssen auch eins machen, sie müssen priorisieren. Und die Priorität ist ganz klar Gesundheit. Und danach kommt die Priorität, und zwar gleichrangig. Und das ist wichtig, dass die Wirtschaftskreisläufe erhalten bleiben und dass Schulen und Kindergärten offen bleiben. Das war der Fehler im Lockdown am Anfang des Jahres. Das ist uns wichtig. Und dafür stehen viele, viele andere Sachen dann auch zurück.